Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Style Check von mir. Heute schauen wir uns mal sechs Outfits von Jamul an. Wie immer erst ganz kurz meine Meinung zum Künstler, seinen Tracks etc. Dann sag ich so meine Meinung zu den einzelnen Pieces, wie er kombiniert hat etc. und gebe am Ende natürlich noch eine Endnote. Ich muss sagen, ich kenne Jamul schon seit zwei Jahren oder so, weil der hat damals noch ganz früher hier in Düsseldorf in der Medusa gearbeitet, da wo wir halt immer Pfeif rauchen gehen und hat damals schon so ab und zu mal seine Tracks gezeigt. Sehr krass, dass er es halt jetzt so geschafft hat, wirklich Rapper zu werden. Also Talent ist ja auf jeden Fall da. Sehr sympathischer Kerl, damals so wie heute meiner Meinung nach. Jetzt zu seinen Tracks. Ich finde auf jeden Fall 80, 90 Prozent von seinen Tracks sehr, sehr nice. Vor allem der Track mit Reezy oder Sex Sales mit PA Sports, wobei ich PA Sports Part jetzt nicht so wirklich feiere. Sind sehr, sehr coole Lieder. Ich bin gespannt, was uns da so in Zukunft noch erwartet und würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Outfit. Er hat leider auf Instagram nur fünf Bilder, also hat die alten rausgenommen und deswegen musste ich mich hier in Musikvideos bedienen. Ich habe das erste Outfit rausgesucht und zwar hat er hier ein gelbes Balenciaga T-Shirt an. Da muss ich sagen, das kann er mit seinem Tarn auf jeden Fall sehr gut tragen. Eine kurze Jeans Shorts. Ich bin selber kein Fan von Jeans Shorts. Hier sieht das völlig in Ordnung aus. Weiße Wettmauersocken und Air Force One. Air Force One Klassiker kann man immer tragen. Meiner Meinung nach, der Off-White Gürtelländer da trägt, sollte man nicht mehr machen, weil ich finde, so seit einem halben Jahr schon, Off-White Gürtel bringt nichts mehr und den halt wirklich so raushängen zu lassen, feiere ich einfach nicht, weil das hat man so oft bei diesen ekelhaften Hype Beast Outfits gesehen. Hier passt das farblich natürlich sehr nice, aber ich mag einfach dieses Produkt mittlerweile gar nicht mehr, deswegen, ja, Outfit ist cool, aber bitte ohne Off-White Gürtel. Später im Musikvideo hängt er halt wirklich so einen Meter raus und so, das finde ich wirklich too much, ansonsten ist das Outfit echt cool gewählt. Wir kommen zu Outfit Nummer 2 und zwar ist das auf dem Cover von NBA. Ich glaube, das war sein erster Track, der war sehr nice. Er trägt hier ein weißes Palm Angels T-Shirt, wo hinten ganz viele verschiedene Palm Angels Logos drauf sind. Ich glaube 16 Stück oder 20 oder so. Eine Palm Angels Hose, ich habe die tatsächlich bei ihm da zum ersten Mal so gesehen, so diesem Schottencaro, sage ich jetzt mal drauf, wirklich cool Hose und die Schuhe sind meines Wissens nach Off-White Schuhe, weil da ja dieses kleine rote Tag dran ist, ich kann es jetzt aber nicht 100% genau sagen. Farblich passt es sehr nice zusammen, von den Marken auch, ihr wisst Leute, ich bin großer Palm Angels Fan, wenn nicht sogar der Palm Angels Dawn. In letzter Zeit habe ich immer wenig von Palm Angels Gold, weil es gab jetzt keine Pieces, die mich jetzt so mega umgehauen haben. Alles in allem erinnert mich sein Style auf diesem Bild und generell auf manchen anderen. So ein bisschen an den von Sfera Albasta, diesem italienischen Rapper. Sehr cool, also bis ja damals mein Style-Check über Sfera Albasta war, dass es der Rapper mit dem besten Style war, meiner Meinung nach. Ja, deswegen, wir kommen zum dritten Outfit und zwar trägt er hier, man sieht es jetzt gerade leider auf dem Bild nicht, Badelatschen mit diesem Off-White-Gürtel drüber. Ist anscheinend großer Fan davon, das hier ist aus dem Sex-Hels-Video. Dann weiße Socken mit Flammen drauf, ich meine, die sind von Palm Angels, ich kann es nicht ganz genau sagen jetzt, weil es halt nicht draufsteht. Dann eine schwarze Trackhose, würde ich jetzt sagen. Passt gut zu diesem Praderhemd, ich finde das Praderhemd wirklich geistkrank. Auf der Straße könnte ich mir nicht vorstellen, jemanden damit zu sehen, aber in diesem Musikvideo kommt das einfach wirklich geistkrank. Ich finde es so nice, diese Flammen und so da unten drauf. Richtig, richtig cooles Hemd, passt zu dem Musikvideo sehr nice. Und dazu noch so eine Vintage-Brille mit so Fenstergläser drin. Ein sehr gelungenes Outfit und meiner Meinung nach eins seiner besten. Kommen wir jetzt auch schon zum fünften und vorletzten Outfit von ihm. Ich habe leider kein volles Outfit gefunden, keine Hose dazu gesehen. Wollte aber einfach zeigen, dass er relativ designeraffin ist. Also er trägt jetzt nicht nur die Marken, die wenn man Cash hat, man sich als erstes holt, sondern da sind auch so Marken wie Prader und so dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Stylisten hat oder so, aber dieses Hemd zeugt ja schon davon, dass er gewissen Planen von Mode hat, was er eben getragen hat. Hier auf diesem Bild jetzt ein Flanellhemd von Off-White und ein Palm Angels Oberteil. Viel kann ich dazu nicht sagen. Schwarz und weiß passen natürlich auch immer zusammen, aber ich wollte einfach nur zeigen, dass er sich mit vielen Marken auseinandersetzt. Kommen wir dann zum letzten Outfit. Ich weiß nicht mehr, das war glaube ich im Video zu Rooftop oder so. Da trägt der weiße Alexander McQueens. Mittlerweile würde ich sie nicht mehr kaufen. An sich ist es aber, finde ich, ein schöner Schuh. Der ist halt mittlerweile von voll vielen Leuten getragen. Also cooler Schuh, aber wie gesagt, ich würde ihn jetzt nicht jetzt gerade noch neu kaufen. Dann eine Camouflagehose, die ein bisschen weiter ist. Für die McQueens hättest du vielleicht sogar noch eine Größe größer genommen, damit die unten halt noch mehr aufliegt und ein bisschen weiter ist. Aber ja. Und das T-Shirt kann ich ehrlich nicht sagen, woher das ist. Ihr wisst aber, ich bin Fan davon, wenn die Ärmel etwas länger sind, wie jetzt hier gerade. Und das finde ich auch bei dem Outfit sehr nice. Dieses Pastellpink, nenne ich es jetzt mal, von seinem T-Shirt. So als Akzent im Kontrast zu dieser Camouflagehose. Auch cool gewählt. Heute mal tatsächlich ein etwas kürzerer Stylecheck. Ich bin auch gerade ein wenig am Vorproduzieren, weil ich gerade schon für die nächsten Peso-Kollektionen im Ausland bin, Leute. Ihr wisst Bescheid. Da kommt dieses Jahr noch ein bisschen was auf euch zu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wer als nächstes Stylecheckt werden soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.